Willkommen, meine lieben Freunde und lieben Mörderzuschauer, zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und zwar heute spielen wir wieder... ...Ein Mörder! Und zwar, heute mal ein bisschen anders. Und zwar haben wir keine Skinboxen, sondern wir haben einen Hexentester, Freunde. Das heißt, wir haben einen Tester, wer der Mörder ist und dafür aber keinen Detektiv, Freunde. Mit dabei sind heute Schmacki, Awive und Kitma Schwizl. Guten Tag. Und ich würde mal sagen, Freunde, wir legen los, starten rein. Lasst ein Like und ab da, nicht vergessen, um mich zu supporten, Freunde. Und dann würde ich sagen, let's go, Intro ab. Boom. Okay, Jungs, dann stehen wir am Loot-Pod und ich würde mal sagen, Köpfe nach oben, ihr kleinen Geistlein. Drei, zwei, eins, go. Achso, ja, Digga, red halt nicht. Tay, fasst er wieder an, wie es geht auf seine Waffe. Oder man ist immer so, drei, zwei, eins, go. Ja, das ist echt so. Aber ich bin trotzdem nicht Mörder geworden. Ich bin Bambi und wir gehen rein in die Map. Und ganz kurz für den Mörder, bitte den Schlüssel nicht droppen, den wir haben. Denn wir haben jetzt eine Minute Zeit, obwohl die Zeitangabe ist eigentlich scheißegal. Und wir versuchen es mal ohne Detektiv zu spielen, Freunde. Ohne Dig-Date. Ohne Dig-Date. Er hat mal keine Steinschusspistole. Wir haben eine Steinschusspistole. Ja, da hat der Mörder ja auch gar nichts zu tun. Und was suchen wir jetzt die ganze Zeit? Wir suchen jetzt gar nichts. Wir suchen Antworten. Wir suchen einfach nur einen, der Suss ist und den stecken wir in den Hexentester. Okay. Weißt du, wie ich meine? Dann such ich mir jetzt einen Campsport, wo ich überwachten kann. Sass. Die Map ist unumal nice. Feier ich auch. Die haben sogar damals im Stream gespielt, Freunde. Lukas tot? Ne, ist das nicht. Kass? Lukas? Hä, jetzt schon? Lukas. Digga, ich werde Zukunft Wissen machen, sobald jemanden fragt, ist Lukas tot. Rede ich aber nicht mehr. Du bist dein Hund. Warum? Weil ich nicht jede Runde direkt tot bin. Lukas, Suss. Kann auch sein. Lukas, du bist tot? Nein, das kann nicht sein. Den Hexentester mit dir. Ich soll den Hexentester? Nein, 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 nein. Man kann nur eine Person reinstecken. Wir müssen uns das gut überlegen. Wir müssen uns das echt gut überlegen, wenn wir reinstecken, Digga. Also ich sage jetzt schon, ohne dass wir überhaupt richtig spielen, es ist eh wieder Odoman, Digga. Warum? Ja, weil es jede Runde Odoman ist. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Und weil ich gesagt habe, 3, 2, 1, go. Bro, ich sage euch ehrlich, ich bin es nicht. Die Map ist so klein, ich habe trotzdem noch keine Person gesehen gerade. Die Map ist echt klein. Bin ich der Einzige, der alleine rumlöst? Ich bin auch alleine. Oh, cringe, ich bin von der Map gefallen. Okay, ich bin wieder da. Hallo! Wir sind gleich von der Map gefallen. Nice. Nice. Okay, wenn wir uns hier holen, Jungs, einfach runterspringen. Okay, Jungs, ihr wisst, es ist ein Mörder in diesem Vulkan. Wer könnte es sein? Im Vulkan drinne, Digga. Wife-Libidibidi oder es ist Kid Mave, weil ich bin safe. Boah, das hat sich gereimt, Digga. Jungs, habt ihr schon irgendwas zu's oder ist Schmocki? 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 Was ist das denn gerade, Bro? Das ist ein Herzenfakt. Ich schwöre, aber es war... Willst du das hier stehenbleiben? Wo ist Schmocki? Ich bin bei welchem Tester. Ich seh euch. Ich bin bei welchem Tester. Schmocki ist hinter mir. Boah, ich dachte, es liegt hier Schmockis Waffe, Digga. Aber er lebt noch. Jungs, sollen wir... Oh, ich bin stuck. Ich würd's nur sagen, wir schmeißen Lukas rein. Meinst du? Ich bin für Schmocki, weil er gerade... Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich war nur ein Scherz, nur ein Scherz. Ich würde Odoman reinstecken, als ich gesagt habe. Warum mich? Bro, ich sag dir ehrlich. Bro. Odoman-Schmocki, Digga, du machst dich nur... Machst du Verdächtiger erst mit dich reinstecken. Schmocki reinstecken. Schmocki... Ja? Schmocki ist, glaub ich, auch echt nicht, Digga. Wie? Ja, du bist es nicht, Digga. Ja, willst du jetzt mein Freund werden, oder was? Ja. Willst du jetzt mein Freund werden? Ich will dein Freund werden, ja. Achso, okay. Merk's mir. Ich hab so das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen Lukas oder Ahmed ist. Einer von beiden. Wisst ihr was? Ich hab ein Gefühl, dass es Lukas... Guck, guck, wie Lukas redet. Weißt du, wie ich... Ah, Digga, weil ich... Sag mir mal einen Grund, warum ich jetzt Mörder sein sollte. Sag mal eine Sache, die ich jetzt falsch gemacht habe. Oder verdächtig ist, oder irgendwas. Ähm, du bist nicht gestorben in den ersten 10 Sekunden? So sieht's aus. Und hast dich stumm geschalten. Aber jetzt ist auch noch keiner gestorben, oder? Nee. Oder? Lukas? Lukas? Als ob der jetzt genau in der Sekunde gestorben ist. Nein, 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 nein. Lukas ist safe nicht gestorben. Schmocki? Und Schmocki auch, okay. Ach, mein... Oder Mann, darf ich dich testen, Bruder? Darf ich dich testen, Achmed? Darf ich dich testen, Bruder? Lass mich dich testen, Bro. Du wirst getestet. Komm zum Tester. Junge, wenn du nicht reingehst, Bruder, ich schieße. Ist mir so egal. Komm zum Tester, wenn du nicht reingehst, schieße ich. Geh da rein. Geh da rein. Warte, kommst du gerade? Nein. Okay, da hinten ist einer. Oh, doch jetzt. Achso, du meinst es also. Oh, mein... Oh, mein... Jetzt haben wir jetzt beide tot sind, Bro. Es kann nicht sein. Einer von denen lebt noch. Das würde jetzt gar keinen Sinn machen, uns gegenseitig zu testen, Bro. Das macht keinen Sinn, uns gegenseitig zu testen. Bro, weil ich glaube, dass du es bist. Nein. Ich bin es echt nicht. Einer von denen lebt noch. Ich will dich testen. Geh rein. Geh dich testen. Warum lässt du dich nicht testen? Digga, weil auf einmal alle leise sind, Digga. Und wenn ich mich testen, gehe ich schon einen Schuss in meinen Rücken. Wir machen jetzt Corona-Tests. Komm jetzt. Wer steht hier? Ich bin ich, ich bin ich. Komm mit. Du gehst jetzt rein. Du gehst jetzt rein. Komm mit. Ich beschütze dich. Ich beschütze dich. Oder ich weiß, dass ich diesen Schuss kriege, sobald ich da drin stehe. Bro, ich beschütze dich. Guck mal. Ich sehe, ich gucke jetzt überall. Wir gucken jetzt erstmal überall, ob hier jemand drin ist. Du bist es. Ich beschütze dich. Ich beschütze dich echt. Ich bin es nicht. Bro. Bro, ich bin es nicht. Guck mal. Das Ding ist. Bro, du bist so schlecht. Guck mal. Hör mal zu. Hör mal zu. Das macht doch gar keinen Sinn. Wenn ich jetzt reingehe und das grün ist, dann wissen wir, ich bin es nicht. Safe nicht. Ja, und dann wissen wir das. Dann weiß ich zumindest, dass noch einer lebt. Wenn ich jetzt aber reingehe, Bro, und du direkt schießt und du der Letzte bist, Digga, bin ich tot. Ich schieße nicht. Ich droppe dir meine Waffe. Ich gehe extra rein. Ich droppe dir meine Waffe. Bruder, du bist Mörder. Ich droppe dir meine Waffe. Was ist das für das? Ich droppe dir meine Waffe. Dann droppe mal eine Mörderwaffe. Ich habe nur eine. Ich habe nur eine. Komm jetzt zum Test da. Irgendjemand spielt mit uns. Ich will nur sicher sein, dass du nicht Zeus bist. Vertraue dir nicht. Ich sehe zwei Leute. Ich sehe zwei Leute. Oh mein Gott. Auf dem Dach, Achmed. Ganz oben. Okay, irgendjemand lebt noch. Irgendjemand lebt noch. Du bist safe nicht. Irgendjemand hat gerade auf mich geämmt. Hä, wo denn? Achmed. Ganz oben auf dem Dach. Jetzt springt der runter. Ich weiß nicht. Es lebt noch einer. Es lebt noch einer. Du blöfst. Ich schwöre, Bro. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Komm zum Echsentester. Einer ist gerade runtergefallen. Er ist runtergefallen ins Wasser. Ich sehe den Echsentester. Ich sehe ihn. Geh rein. Komm rein. Siehst du ihn? Ich sehe ihn. Ich bin drin. Siehst du? Siehst du? War das nicht gerade rot? Nein, es ist grün. Es ist grün. Ich bin safe, Bro. Dann lebt wirklich noch einer. Ich sage doch, es lebt noch einer, Bro. Und er hat uns gerade angeämmt. Er hat uns gerade angeämmt, Bro. Er wollte uns gegeneinander aufspielen. Hätte ich ihn nicht gesehen, Digga, hätte es sogar geklappt. Es ist so safe, Lukas. Ich glaube, es ist... Nee, es ist Schmocki. Wo ist Schmocki? Oh, ich wurde geschossen. Bist du das hier? Bist du das hier? Ich weiß nicht. Ja, ich bin das hier. Im Loch. Hier. Wo denn? Wo denn? Weiß nicht. Hier irgendwo. Über uns. Über uns. Er ist stuck. Er ist stuck. Er ist stuck. Oh mein Gott. Wo ist er? Er ist oben irgendwo. Er ist ganz oben. Spring ins Wasser. Spring ins Wasser. Spring ins Wasser. Ich spring ins Wasser. Okay. Hallo? Hallo? Ja? Na? Möchtest du auch ins Wasser springen? Digga, ich wusste so hart, dass du es wisst, was? Und ich habe ohnehin voll getrollt. Er war unten. Und ich habe mich extra oben so auffällig hingestellt, damit er so... Ach, ich sehe jemanden. Oh mein Gott. Ey, das Problem ist so, ich bin halt echt stuck. Kein Problem, Bruder. Ich hole dich raus. Okay, das wäre echt super, Mann. Oh mein Gott. Lukas! Er ist auch stuck. Lukas, bitte. Ich bleibe bloß stuck. Nein! Lukas! Oh, was? Du hast so keinen Aim. Bitte, Lukas. Bro, ich kann nichts machen, Mann. Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Digga, wir haben nur... Oh mein Gott. Wir haben nur verloren. Wir haben nur verloren, weil Lukas getrollt hat. Ja, eigentlich schon. Wir haben nur verloren, weil Lukas getrollt hat, Digga. Ich meine, Lukas hat herausgefunden, wer der Mörder ist, Digga. Freunde. Du hast dich testen lassen. Perfekt, Digga. Achmed hat wieder Knickse in seinem Mikrofon. Freunde, wir gehen rein in die zweite Runde. Let's go. Okay, Jungs. Kommt zum Loot-Pod. Ihr kleinen Pizzer, Digga. Ich habe richtig Lust. Ja, Schmocki. Ohne Witz, Digga. Der arme Junge, Alter. Köpfe. Köpfe nach oben. Diesmal zählt jemand anderes, weil die rumheult. 3, 2, 1, go. Ey, du bist so ein Hund, Digga. Karma. Wenn du es jetzt bist, ne. Ne, diesmal bin ich dabei nicht. Jetzt bist du, Digga. Vor allem, ich habe letzte Runde ganz herumgeheult, Digga. Und ich war einfach Mörder. Du kleiner Pisser, Digga. Okay, ey. Jungs, wir testen Ahmed. Wollt ihr echt? Jetzt schon Test aufgeben? Nein, 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 nein. Das ist echt. Ich bin safe, Digga. 100%. Okay, Jungs. Wir gehen rein in die Web, Freunde. Jetzt brauchst du dich doch wieder voll... Nein, nein, nein. Echt nicht. Okay. Save 100%. Jetzt bin ich gespannt, wer es diese Runde ist, Freunde. Ich bin wieder safe, auf jeden Fall. Ja, ja. Du bist so safe. Ich bin safe. Ja, ja. Teste mich. Guck mal, Jungs, wir müssen das so machen. Den Tester müssen wir benutzen, während noch alle leben. Eigentlich schon. Dann können wir uns gegenseitig abaimen und keiner kann gekillt werden, während er im Tester drin ist. Okay, Ahmed ist safe. Ahmed ist safe, safe. Wir werden Odomar testen. Ahmed ist safe, safe. Ja, komm, testet mich. Testet mich. Okay, dann kommt zum Tester. Komm, lass. Boah, dann wissen wir eigentlich echt schon fast, wer es ist. Dann werden wir erst eintesten. Safe. Als ob wir jetzt schon testen, hä? Ja, Odomar, Odomar. Ja, komm. Ich teste den auch allein. Nein, nicht Odomar testen. Wir können ein einziges Mal testen und du willst direkt Odomar testen? Nein, 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 nein. Komm, Odomar, geh rein. Oba, er ist safe. Ist egal. Soll ich reingehen? Ja, geh mal rein. Nee, Ahmed soll reingehen. Achmed soll reingehen. Nein, ich will nicht, dass Odomar reingehen. Ja, ich will, dass Achmed reingeht. Ja, warte mal. Oder was du willst. Jetzt warte mal. Warte mal. Odomar, jetzt fang ich an auf. Jetzt warte, jetzt warte, jetzt warte, jetzt warte, jetzt warte, jetzt bin ich gerade auch ein bisschen Dings, wenn's Schmocki gerade sagt. Nee, jetzt mal retalken. Nein, nein, nein. Jetzt mal retalken. Äh? Jetzt wartet mal, Jungs, wartet mal. Jetzt wird's mir doch zu gefährlich. Hä? Ja, ist gut, Achmed wird abgeschossen. Ey, ey, warte, 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 warte. So schlecht. Also Jungs, jetzt warte doch mal, Digga. Ihr seid solche Pisser. Ihr seid solche Pisser. Ey, Mann, ich hab gedacht, ich dachte, ich bin safe. Guck mal, wo ich gesagt hab, lass Achmed, du direkt. Ja, okay, komm, ich geh. Oh mein Gott. Da war ich schon gerade mit dem Mörder. Oh mein Gott, Guck mal hier, ich geh rein. Oh mein Gott, Digga. Freunde, kurz zum Test, es funktioniert wirklich, weil ich bin der Mörder und boom, rotes Licht. Oh Mann, okay, meine Mann, wir machen noch eine dritte Runde, deswegen kämpfen wir nach oben. Lukas darf jetzt zählen. Okay, dann. Drei. Drei. Ey, okay, okay. Alles klar. Oh mein Gott. Ich hab die Waffe angeaimt, Digga, die war direkt weg. Oh mein Gott, Digga, okay. Ich kann man echt nicht mehr das spielen. Das ist ohne mal weg. Ey, halt dein Maul. Ey, warte, weg die Waffe. Ganz kurz, ganz kurz. Lukas, Tester. Ey, wir reden gerade. Lukas, Tester. Und, warte, ganz kurz. Stopp, 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 wer ist vor mir, wer ist das? Ich bin das, hallo. Warum hast du die Pickjacks in der Hand? Normalerweise hat man da nicht. Deine Schusspistole, Dreck. Oh, Bro. Ach, das ist wieder ablässig. Lukas, 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 Tester. Lukas, geh, Tester. Geh, Tester. Lukas, ab mit dem Tester, Digga. Ab mit dir. Gleich kommen die Schüsse von der Pistole, passt auf, passt auf. Geh rein. Ey, alle, warte, 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 warte. Stellt euch bitte neben mich, rechts und links. Ja. Beide, genau neben mich. Ich gehe in Deckung, geh jetzt. Ich habe ihn. Oh. Was? Nice, Jungs. Wenigstens haben wir Dieseral gewonnen. Deswegen haben wir Dieseral gewonnen. Freunde, lassen wir einfach so stehen. Was soll die Schüsse? Es ist übel geil. Es ist echt unnummern geil, Freunde. Wenn ihr euch noch mehr Videos, beziehungsweise Mördervideos mit einem Tester wünscht, ohne Diedikt. Genau, Digga. Dann lasst ein Like und ein Abo da. Checkt euch auf jeden Fall auch mal iWives-Kanal ab, denn da haben wir auch einen Mörder aufgenommen. Und bei KidMiff haben wir ein FaceTime-Video aufgenommen. Und bei Schmocky haben wir... Fick dich. Vor vier Monaten was aufgenommen. Okay, Freunde, dann würde ich was sagen. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Haut rein, macht's gut. Ciao.